Nun gab es ja am Sonntag die Einigung in der Euro-Gruppe mit Griechenland und in Frankreich hat jetzt der Premierminister Pfalz und der Präsident Hollande wieder versucht zu kaschieren, dass es in den Verhandlungen vielleicht ein Dissens gab über die Möglichkeit, den Griechen anders zu helfen. Gab es da in Ihren Augen einen Dissens zwischen Frankreich und Deutschland? Also natürlich gab es einen Dissens insofern, als die deutsche Bundesregierung ja relativ offen damit gedroht hat, dass sie einen Rausschmiss Griechenlands aus dem Euro, also einen nicht selbstgewählten Grexit, einen aufgezwungenen Grexit ins Auge fassen würde. Es gab ja das Non-Paper aus dem Hause Schäuble dazu, was aber natürlich gedacht dazu war, die Drohkulisse aufzubauen. Die französische Regierung wollte auf keinen Fall diese Position beziehen, weniger aus menschenfreundlichen Gründen, sondern weil im Falle eines Ausscheidens Griechenlands aus dem Euro, wenn Griechenland das dann beantwortet hätte mit einer Erklärung der Zahlungsunfähigkeit bei den Staatsschulden und mit einer Einstellung, also etwa wie Argentinien 2001, als Argentinien aus der Bindung des Peso an den Dollar rausging und dann aber gleichzeitig den Schuldenschnitt von seiner Seite her die Nichtrückzahlung erklärt hat. In dem Fall würden die französischen Banken am härtesten getroffen, weil viele der Kredite bei Privatschulden, die inzwischen ja auch zum Teil vom Staat übernommen wurden, im Zuge der sogenannten Bankenrettung, weil die großenteils von französischen Großbanken stammten, also BNP, Paribas, Société Générale. Das heißt, die französische Regierung wollte diesen Grexit unbedingt vermeiden. Für die deutsche Regierung war das eine Option, die auf dem Tisch lag. Das gehörte mindestens zur Drohkulisse, aber in deutschen Regierungskreisen sind sich ja auch nicht alle 100% einig, aber da ist es jedenfalls eine Option, die durchaus ins Auge gefasst wird. Und aus dem genannten Grund wollte die französische Regierung das vermeiden. Die französische Regierung hat im Übrigen bei dieser sogenannten Einigung, die ja doch weitgehend die Unterschrift von Griechenland oder ein Diktat war, die also am Montagfrüh gegen 9 Uhr erfolgte, nach 17 Stunden Verhandlung seit dem Donnerstagspätnachmittag, Bei dieser Einigung oder sogenannten Einigung hat die französische Regierung eine erhebliche Rolle gespielt im Übrigen, weil die griechische Regierung beraten worden war von Angehörigen des französischen Finanzministeriums. Das heißt, auf griechischer Seite verhandelten, jedenfalls als Berater, Angehörige des französischen Finanzministeriums mit. Und das heißt, die Rolle der französischen Regierung ist also eine direkte, zumindest in dieser Hinsicht. Nun ist ja bei dieser Einigung zu den Vorbedingungen für ein drittes Schuldenpaket jetzt nicht unbedingt Syriza-freundliche Forderungen rausgekommen. Also es wird ja Mehrwertsteuererhöhung, Rentenkürzung, Privatisierung, das sind ja alles... Die Rücknahme aller Gesetze, die Syriza seit dem 25. Januar 2015 verabschiedet hat oder verabschieden ließ, und die sozusagen angeblich der wirtschaftlichen Gesundung oder Sanierung im Wege stehen. Ich komme darauf, weil es kann doch so gesehen werden, dass das ein Versuch ist, Syriza aus der Regierung zu drängen, wenn sie ihre Wahlversprechen nicht umsetzt. Und ich frage mich da, ob da nicht in Europa ein Kampf der politischen Lage besteht. Also weil ja in Frankreich wenigstens die Sozialisten an der Macht sind, sind sie ein bisschen freundlicher zu Griechenland. Das gibt es ja in anderen Ländern, in Finnland, da sind die Rechtspopulisten an der Macht und die stänkern auch gegen Griechenland. Die sogenannten wahren Finnen, ja. Genau. Es ist vielleicht ein europäischer Kampf zum ersten Mal der politischen Lager. Kann man das so sehen? Also es ist nicht nur ein Kampf der politischen Lager, wobei die Sozialdemokratie eben da zum Teil im anderen Lager steht und nicht auf Seiten von Syriza. Also die Deutsche ganz klar, zumindest die Spitze der deutschen SPD und die französische Sozialdemokratie steht da ja auch nicht unbedingt auf derselben Seite der Barrikade wie Syriza, sondern wie gesagt, da geht es auch darum, die Schulden des eventuellen griechischen Schuldenschnitts von Frankreich zu verhindern. Aber natürlich ist es ein Kampf der politischen Lager. Syriza hat ja auch Verbündete, also zum Teil tatsächlich in europäischen Linksparteien, sei es in sozialdemokratischen Parteien oder in Parteien links davon. In Frankreich gibt es ja auch noch das linkssozialistische Bündnis Front de Gauche, also die Linksfront, die vergleichbar ist ungefähr mit der Partei Die Linke in Deutschland. Also die besteht aus einem Bündnis aus der französischen KP und einer Abspaltung von der Sozialdemokratie unter Jean-Luc Mélenchon. Dieses, ich sag mal, linkssozialdemokratische Bündnis, was seine reale Politik betrifft, ist ja auf die Straße gegangen für die Unterstützung der griechischen Bevölkerung, aber auch schon der griechischen Regierungspositionen, bevor Syriza eingeknickt ist. Und die werden möglicherweise morgen am Mittwoch, den 15. Juli, erneut demonstrieren in Paris. Das zeichnet sich jedenfalls ab. Das heißt, tatsächlich hat Syriza über Griechenland hinaus Verbündete. Die sind allerdings bisher zu schwach, um sich durchzusetzen, weil es gab Demonstrationen. Ich war vergangene Woche in Berlin, da haben 3.000 Menschen demonstriert. In Paris waren es auch 3.000 Menschen. Das Höchste der Gefühle waren, es waren knapp 10.000 Leute, also relativ viel, weil in Frankreich im Moment eine flaute Periode der sozialen Bewegungen ist und große Demonstrationen eher rar sind. Es gab eine Demonstration am Samstag, den 20. Juni, wo knapp 10.000 Leute waren unter zwei Themen, allerdings Solidarität mit Griechenland und auch zur Migrationspolitik Solidarität mit Migranten und Migrantinnen in Frankreich. Also es gibt diese Kräfte, die verbündet sind mit Syriza, es gibt sie in Linksparteien, es gibt sie auch auf der Straße, aber diese Bewegungen sind ja nicht stark genug, um sozusagen die Regierung zurückrudern zu lassen in ihrem Auftritt gegenüber Griechenland. Und natürlich hinter diesem Kampf der politischen Lager steckt nichts anderes als Klassenkampf, der aber von oben stärker geführt wird als von unten, wie das ja auch in anderen Bereichen ähnlich gilt. Nun kommen wir vielleicht noch zur öffentlichen Meinung. In Frankreich ist ja noch eine Mehrheit, war und ist, für eine Einigung mit Griechenland und der Verbleib in der Eurozone. Hier in Deutschland war es mal kurz Pari-Pari. Also es war auch am Anfang für den Verbleib mehr Zustimmung da. Unterscheidet sich da die deutsche und die französische öffentliche Meinung auch ein bisschen? Ja, die unterscheidet sich deutlich. Die unterscheidet sich deutlich. Es ist vor allem tatsächlich in Deutschland so und dazu in den europäischen Staaten, die ja auch deren Regierung ähnliche Hardliner-Positionen bezogen haben, dass es eine Hetze gibt, um eben zu sagen, die Griechen sind faul und legen sich unter die Ölbäume und arbeiten nicht und betrügen den Staat. Und deswegen geht das Griechenland schlecht. Das ist in Deutschland sehr verankert, unter anderem durch die Publizistik. Zu nennen ist natürlich die Bild-Zeitung, wie ihr alle wisst. Ein vergleichbares Bild gibt es in manchen osteuropäischen Staaten, wo eben die Staaten selber auch durch harte wirtschaftliche Anpassungsperioden in der Übergangsphase nach dem Realsozialismus durchgegangen sind. Und wo eben Teile der Bevölkerung sagen, uns hat man auch nichts geschenkt, warum sollten wir jetzt den Griechen was schenken? Also wo so ein hartes Konkurrenzdenken herrscht, wie in den baltischen Ländern, die auch tatsächlich wirtschaftlich von geringem Niveau aus anfangen mussten, wie in der Slowakei. Du hast Finnland erwähnt, natürlich auch wegen der extremen Rechten oder rechtspopulistischen Partei der wahren Finnen, der PS abgekürzt, in Frankreich tatsächlich ein anderes Meinungsbild, wie auch in Südeuropa, im mediterranen Europa. Dort wird Griechenland doch eher oder wird seine Bevölkerung, nicht unbedingt die Elite, aber die Bevölkerung auch eher als Opfer gesehen. Das unterscheidet sich sogar, was die Rechten, die politischen rechten Ränder betrifft, weil zum Beispiel der Front National auch nicht diese Griechenland-Tätze betreibt, wie wir sie aus Deutschland kennen, weil der Front National, der ja auch eine Anti-EU-Partei ist, und gleich ja ein bisschen Wasser in den Wein gießt, weil er da Probleme mit den Mittelständlern und mit der Bourgeoisie hat, die da nicht mitziehen wollen, weil sie sagen, also sozusagen, ihr könnt jetzt nicht unser wirtschaftliches Risiko aufbürden. Vergleichbare Töne, also die jetzt eher einpeitschen gegen Griechenland und die Unvereinbarkeit der Regierungspolitik, und dass es ein Unding gewesen sei, dass man die Bevölkerung fragt beim Referendum. Solche Positionen gibt es eher als wirtschaftsliberalen Elitendiskurs, eher sogar in liberalen oder linksliberalen Zeitungen wie Lomonde, was man ungefähr vergleichen könnte mit der süddeutschen Zeitung. Ja, hier in Deutschland wird ja auch auf die ökonomischen Bedingungen geschaut, und das ist eine ganz, würde ich jetzt sagen, eine ganz enge Schule, die hier in Deutschland vertreten wird, nämlich Sparen ist für einen Staat gut, weil er sich damit eine Autonomie erhält, also durch einen Schuldendienst ist man ja Gefangener dieser Zinszahlung und so. In Frankreich wird das ja auch anders gesehen, da gibt ein anderes Staatsverständnis, also ein Wirtschaftsverständnis auch. Tatsächlich, in Deutschland gibt es sehr eingeführte Dogmen, neben das Sparen, Sparen, also sozusagen das scharfe, scharfe Häusle bauen, sozusagen auf die Makroökonomie übertragen, gibt es eben in Deutschland auch die Inflationsangst, die natürlich historisch tief sitzt, das wird in Frankreich auch immer dazugesagt bei Artikeln, wo man sozusagen die Position der verschiedenen EU-Staaten, EU-Länder zu Griechenland erläutert. Die Wurzeln natürlich in der Erfahrung von 1923, 1948, also in Frankreich wird das tatsächlich relativer gesehen, und weil es da noch sowas wie den Anspruch auf einen politischen Voluntarismus gibt, also sozusagen, dass der politische Wille eben in der Wirtschaft auch sozusagen Eckpfeiler oder Plöcke setzen können muss, Marktzeichen setzen können muss und die sozusagen die wirtschaftlichen Akteure dann zu folgen haben, wenn politisch gesagt wird, im Interesse der Menschen oder im Interesse des Staates oder beides, wäre diese und jene Entscheidung jetzt besser, als sozusagen die rein makro- oder mikroökonomisch betrachtete. Also das unterscheidet sich tatsächlich. Und diese Inflationsangst ist natürlich tatsächlich auch nicht so stark, weil es halt historisch die Erfahrung gibt, ja, wenn der Inflation steigt, dann legen halt die Gewerkschaften nach mit Forderungen und holen für ihre Klientel wieder was dabei heraus. Ich würde nur eine kleine Zwischenfrage noch stellen. Sogar der IWF hat jetzt verlautbaren lassen, dass jetzt diese Griechenland-Hilfe bis jetzt nicht von Erfolg gekrönt war. Sondern vor allem an die Banken ging, das haben sie ganz offen gesagt. Und die USA haben das auch schon früher gesagt, dass jetzt nur ein reines Spardiktat natürlich die Inlandsnachfrage schwächt und für eine Nicht-Export-Nation kontraproduktiv ist. Warum, wenn jetzt alles so dagegen steht, also so große Institutionen und Frankreich und Italien hatten sich ja auch schon ein bisschen windfalls dazu bewegt, warum hat sich dann Deutschland durchgesetzt da in den Verhandlungen? Und warum war Frankreich nicht das Korrektiv, was es immer gespielt hat? Also Korrektiv klingt jetzt so viel für eine kleine Rolle. Ich glaube, den Eindruck kann man benutzen, wenn man ein Gegengewicht, sagen wir mal, ein bisschen entgegen macht. Zum Teil, weil der politische Wille dazu nicht da ist, weil die jetzige Regierung sich ja entschlossen hat, tatsächlich alle Zeichen zu setzen auf Erfüllung der Kapitalwünsche oder was man davon hält. Und die Anlehnung an die deutsche Hegemonialstellung in der EU, weil man eben sagt, Deutschland steht für das wirtschaftlich erfolgreiche Modell in der EU und wir legen uns nicht an mit Deutschland, sondern versuchen da eine Scheibe davon abzusteigen, vielleicht mit zu profitieren. Ich meine, indirekt spielt hier auch eine Rolle, Spanien zum Beispiel für den Fall, dass Podemos bei den Wahlen im Herbst 2015 Regierungsbeteiligung erreichen sollte. Da ist natürlich genauso, dass gesagt wird. Wenn jetzt noch ein zweites Land hinzukommt, das von einer linkssozialdemokratischen, linksbürgerbewegten, wie immer zur bezeichnenden Partei regiert wird, dann ist es noch schwerer, die jetzige Politik durchzuexerzieren. Also ich meine, generell gilt natürlich, Deutschland ist ja der Hauptprofitier von der EU, weil Deutschland die stärkste Exportökonomie hat und ja auch davon profitiert, dadurch, dass das Währungsrisiko wegfällt. Deutschland hat ja davon massiv profitiert und exportiert ja auch massiv in seine europäischen sogenannten Partnerländer. Also Deutschland ist der Hauptgewinner, möchte natürlich aus Sicht seiner Eliteninteressen nichts anbrennen lassen und möchte eben auch politisch garantieren, dass das auch nicht infrage gestellt wird durch eventuelle Regierungswechsel. Etwa in Spanien, wo das am realistischsten kürzfristig ist, dass sozusagen die linkere Regierung oder eine Regierung mit linkerer Beteiligung, mit Podemos, ans Ruder kommt. Also da war, glaube ich, der präventive Angriff nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, federführend. Und das richtet sich natürlich indirekt auch tatsächlich an Frankreich, weil zwar Frankreich eine, also nominell sozialdemokratische, aber de facto wirtschaftsliberale und kapitalfreundliche oder dem Kapital absolut ergebene Regierung hat, die aber bisher noch nicht sozusagen die Produktivitätsrate für das Kapital wieder total herstellen konnte im Vergleich zu vor der Krise und die auch die Sparziele bisher noch nicht vollständig umsetzen konnte, obwohl sie sich ordentlich drum bemüht. Und da will eben sozusagen die Bundesregierung die deutsche und das deutsche Kapital auch Plöcke einschlagen, dass Frankreich um Gottes, also aus ihrer Sicht in Anführungszeichen um Gottes Willen, nur nicht von diesem Weg abweicht, den es unter François Hollande eingeschlagen hat. Ja, und wird dieser Dissens zwischen Deutschland und Frankreich jetzt das Verhältnis ein bisschen stören, langfristig oder nur kurzfristig? Also jein, jein. Also ich glaube nicht an den Konflikt, weil die französische Regierungsseite dazu überhaupt nicht bereit ist und ihn alles tut, um ihn zu vermeiden und sich eher sozusagen anzupassen, dem Stärkeren in dieser Beziehung anzupassen. Aber natürlich gibt es Wolken über diese sogenannten deutsch-französischen Freundschaft. Ich sage sogenannten, weil es gilt ja die Prämisse, dass Staaten generell keine Freunde haben, sondern nur Interessen. Also Menschen haben Freunde, aber nicht Staaten. Aber es gilt, dass tatsächlich die Beziehung etwas getrübter ist, als sie erst bis in die 80er Jahre unter Helmut Kohl war, weil die wirtschaftlichen Differenzen zunehmen, weil die deutsche Stellung natürlich stark ausgebaut ist. Also Pfad der Wiedervereinigung. In den 2000er Jahren ist ja diese deutsche Hegemonialstellung sehr stark ausgebaut und das drängt natürlich Frankreich ein bisschen an den Rand. Und Frankreich hat eigentlich die Wahl zu sagen, entweder wir machen ein Bündnis mit den südeuropäischen Staaten und dämmen die deutsche Stellung ein bisschen ein oder umgekehrt. Wir halten uns an den Stärkeren. Wäre es denn im französischen Interesse zu sagen, wir verfolgen eine Vertiefung der Währungsunion, also eine bessere Einbindung auch Deutschlands, sodass vielleicht auch diese Ungleichgewichte, die in der EU bestehen, besser ausgeglichen werden können? Das kommt auf die Bedingungen an. Das war ja das ursprüngliche französische Projekt. Der Euro war ursprünglich, also der Euro ist heute ein Instrument, so wie er gehandhabt wird, so wie seine Governance ist, wie man sagen würde, seine Wirtschaftsregierung. Der Euro ist heute ein Instrument eher im Dienste der stärksten Exportökonomie da drin in dieser Währungsunion, also Deutschlands. Es war aber nicht so angedacht, sondern das ursprünglich, das allererste Konzept für die Einheitswährung kam, von französischer Regierungswerte und war die Antwort unter François Mitterrand damals auf die deutsche Wiedervereinigung. Um eben zu sagen, gegenüber den Befürchtungen, dass Deutschland wieder an historische Positionen anknüpfen kann nach der Wiedervereinigung, setzen wir die Einbindung in diese Währungsunion und nehmen dadurch sozusagen Deutschland sein Machtmittel in Gestalt der starken D-Mark und sozusagen ersetzen das durch ein kollektiveres Instrument. Das würde dann in Betracht kommen als taugliches Konzept, wenn das mit einer gemeinsamen, abgestimmten Wirtschaftspolitik verbunden wäre. Also wenn es sozusagen zu einer Annäherung der wirtschaftlichen Situation käme oder wenn gemeinsam über die Schritte entschieden würde. Aber das ist ja nicht, was passiert, sondern die Wirtschaftspolitiken werden national bestimmt. Es gibt eine europäische Zentralbank, die über die Geldmenge bestimmt, die aber statutenmäßig eher auf Ziele, wie sie der deutschen vorangegangenen Politik entsprechen, also vor allem Inflationsbekämpfung, festgelegt ist. Also das sozusagen die Eindämmung dieser deutschen Rolle wäre dann denkbar, wenn der Euro ein Instrument wäre für eine gemeinsam abgestimmte Wirtschaftspolitik.